Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Menschen 3. Wir sind gerade im Penthouse auf der Suche nach Sarah Schreck zur Rettung von Mario und Peach. Also letztes Stockwerk. Wir haben kein Leben, wie man sehen kann. Läuft nicht so, aber ja gut. Oh ja, leben, 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 leben. Das brauchen wir auf jeden Fall. Warum ist im Boden Geld? Kann mir das jemand erklären? Das verstehe ich nicht so gut. Was passiert? Ähm, was? Wartet mal, was passiert gerade? Okay, aua. Okay, wir müssen auf jeden Fall zuerst den Dings ausschalten, sonst wird das wohl nichts. Gucken wir mal, was geht noch ab? Ähm, what the heck are you? Was genau? Soll das sein? Ach Gott, ein Geldgeist. Naja, wie immer. So. Die werden wir dran kriegen. So. Und da wir jetzt dieses fabelhafte Geschenk eines Geldgeistes bekommen haben, möchte ich auch einfach sagen, frohe Weihnachten. Heute ist der 24. Ich freue mich. Ich wünsche euch allen wirklich ein frohes Fest. Beisammen mit den Liebsten, keine Ahnung. Genießt das. Relaxt. Einfach. Ein bisschen die Zeit genießen. Das ist alles, was ich euch wünsche. Achso, wir hätten da jetzt eigentlich rüber gehen können. Ich wollte eigentlich mal auf die andere Seite. Aber wir können nicht auf die andere Seite. Okay. Und dann drehen wir hier weiter. Ja, natürlich. Ich bin immer noch in der Vorproduktion. Oh, da müssen wir hin. Wartet. Dort sind immer noch Laser. Was ist, wenn wir hier runterfallen? Okay. Alles gut. Wir müssen irgendwie hier reinkommen. Good to know. Oh, aber ich habe schon eine Idee. Wir werden Fluid-Thema hier lassen. Jetzt erstmal alles looten. Loot, 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 loot. Oh, dort ist noch Geld. Das sollten wir natürlich nicht hier lassen. Nein, 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 nein. Ich will gar nicht. Ich will nur das Geld. Das Geld ist wichtig. Oh ja. Herzchen. Ah, what the fuck. Ich sehe nichts. Ah, manchmal diese Perspektive in diesem Game macht einen echt... Ich glaube, wir haben alles soweit gelotet. Hier auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Hallo. Und wie machen wir den Ofen aus? Ach so, einfach so. Okay. Hm, das ist jetzt die Frage. Können wir die Musik gern machen? Können wir die Musik lange anmachen? Okay, ich glaube, da passiert einfach nichts. Aber mir ist noch eine sehr gute Idee gekommen. Vielleicht können wir den Globus ja auf das Schweinchen schießen. Okay, wahrscheinlich nicht. Oder doch. Okay. Ich würde mal sagen, das war eine sehr, sehr gute Idee. Hallo? Oh Gott, zum Glück. So, jetzt bräuchten wir nochmal Luigi. Ach Gott. Das war schlecht. Mr. Mario. Und dann können wir da durchgehen. Keine Ahnung. Okay, Geld. Es bringt uns fabelhaftes Geld. So, mit Luigi gehen wir jetzt kurz hierhin. Mit Mario hierhin. Und dann drehen wir das. Ähm, einmal. Zweimal. Vielleicht hätten wir es in die andere Richtung drehen sollen. Das wäre vielleicht smarter gewesen. Und jetzt können wir diesen Schalter hier ausmachen. Gut. Ähm, als nächstes. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir hier unten machen. Okay. Anscheinend nicht so viel. Okay. Hier scheint ein bisschen sehr viel Geld zu sein. Oh Gott, ich komme nicht mehr aus der Ecke raus. Na super. Und wir kriegen noch mehr Loot. Loot, 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 Loot. Oh Gott. So. Okay. Das ist echt so ein Todesloch. Da sollte man einfach nicht reingehen. Wäre wahrscheinlich Sinn. Hallo? Okay, jetzt kommt wieder die Couch. Die brauchen wir nicht so dringend. Der Schlüssel wäre schon sinnvoll. Okay. Und sonst gibt es, glaube ich, eh nichts mehr, oder? Ähm, nee, das komische Haus. Können wir damit nochmal interagieren, oder geht das nur einmal? Nee. Ich glaube, wir haben alles in diesem Raum. Okay. Dann gucken wir weiter. Das sieht aus wie ein Gesicht. Aber was mir das bringt, weiß ich auch noch nicht. Okay, Sarah, Schreck und Boku. Also die Bilder sind schon sehr cool, die hier sind. Gehen wir erstmal wieder. Oho. Geld sollten wir nicht liegen lassen. Hier ist eine Tür. Jetzt hat man unsere Boku-Lampe gerade richtig gut gesehen. Oh ja, hier ist Geld im Boden. Okay. Ja, das sollten wir wohl bedenken. Aber ich würde sagen, wir laufen erstmal wieder einmal rundherum und dann in die Räume hinein. Ich glaube, das macht einfach am meisten Sinn. Hier, ah ja, Mülleimer. In keinem Mülleimer war bisher irgendwas drin. Bedenklich. Okay. Also ich glaube, Boku hat ein bisschen umdekoriert. Also König Boku natürlich. Weil ich glaube, so viele Bilder von dem hangen hier vorher noch nicht. Aber jo, können wir da hingehen? Ah, hier müssen wir die Keys einsetzen wahrscheinlich. Aber wir looten jetzt mal ganz gemütlich. Wird hier erstmal gelootet. Ähm, das sieht mir zu verdächtig aus. Okay. Geld, Geld, Geld. So, als nächstes einmal hier rum. Oha. Was kann man mit denen machen? Ob man mit denen irgendwie interagieren kann? Wäre natürlich schon interessant zu wissen. Oh ja. Geldkissen. Das sind mir die liebsten Kissen. Oh ja, da ist nochmal so ein Vieh. Wartet. Wo ist es? Hallo, ich habe die schon gesehen. Hallo? Oh Gott, was war das denn? Das war ein bisschen weird. Aber, ja gut. Ich weiß auch nicht, was... Oh Gott, damit, warum unten? Warum immer die Mülleimer? Ich kann die Viecher nicht einsaugen. Ach Gott. Okay, jetzt ist es vorbei mit dem Mülleimer. Uiuiui. Was haben wir hier? Oh, nochmal ein Bild. So, in welchen Raum gehen wir zuerst? Guck mal, hier müssen wir nochmal... Weil man in dem Moment gerade die Buche-Lampe so schön sieht. Wir müssen mal kurz auf so eine Wand leuchten. Hier, das sieht so cool aus. Guckt euch das an. Oh, die Buche-Lampe. Äh... Ich liebe sie. Ich bin echt... Ich mag sie total gerne. Ähm... Ah, ein Badezimmer. Okay. Dann gucken wir uns hier mal um. Ich hab keine Ahnung. Oh, das ist ein Laser, ne? Ich wusste's. Ah, hier ist eine Tür. Oh, hier können wir nicht lang gehen? Dein Ernst? Können wir über den Laser springen? Wartet, wartet, wartet. Ja! Oh mein Gott, okay. Jetzt wird's langsam ernst. Ich hab keine Ahnung. Nein, zu spät. Oh mein Gott. Ähm... Wie viel das Herzchen... Was machen wir mit dem Eimer? Müssen wir den mitnehmen? Aua. Oh, Gott. Der wird... Ah, wir schalten das jetzt einfach aus. Hallo? Ähm... Achso, Pämpeln. Natürlich. Okay, und jetzt können wir gut looten. So, hier oben ist noch mehr. Hallo? So, gucken wir noch mal. Die Handtücher erstmal weg, um den Shortcut freizuschalten. Oh ja, was macht ihr eigentlich heute an dem heutigen Tag? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Ich werd' nichts Besonderes eigentlich machen, glaub' ich. Am... Essen mit meiner Familie. Und... Ja... Geschenke verteilen, das war's. Sonst gibt's bei uns eigentlich nix Specieliges. Was wir machen. Ach, ich freu' mich schon total, wieder mal zu Hause zu sein. Ist das eine Türklinke? Egal. Aber ich freu' mich schon total... Warte. Egal. Äh, ja, zu Hause zu sein. Das ist eigentlich alles. Darauf freu' ich mich am meisten. Ich versteh' nicht ganz, wo das aufgeht, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, ist es hier? Oh ja, ich glaub', das ist hier. Wir sollten... Auf Luigi kann keine Türen öffnen, willst du mich? Wie ärgerlich. Was? Ach du Gott. Das ist unnötig nervig. Um ein bisschen Geld zu sammeln. Aber okay. Wir machen alles. Blut, 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 Blut. Gut. Weil ja, hier können wir noch looten. Komische Sachen. Okay. Das Wasser ist aus. So, ich glaub', das war's. Recht viel mehr gibt's hier eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Ja gut. Also... Spinnen, ne? Ja. Was bewegt sich da eigentlich? Ähm... Das sieht mir ein bisschen aus wie ein Boho. Sollen wir da reingehen? Oh. Wartet, ich will die Spinne. Und wie kommen wir an den Boho ran? Das ist natürlich die Frage. Achso, wartet. Vielleicht wenn wir hier reingehen, kommen wir da oben raus. Oh Gott. Ich hab' verkackt. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Okay. Dann holen wir uns den Boho. Uns fehlt nur noch ein einziger Edelstein. Wie nice ist das denn? Okay, ich würd' sagen, wir können wieder rausgehen. Ach Gott. Wo sind die Geister? Komm. Tell me more. Tell me more. Also, es müssen ja auch irgendwo die Geister sein. Sonst funktioniert diese Kampf-Situation nicht so gut. Ach du Gott. Gut. Sehr, sehr gut funktioniert das, ehrlich gesagt. Oh ja. Okay, jetzt haben wir all diese Teile. Sollen wir die alle kaputt machen? Ich weiß nicht. Hat das irgendeinen Zweck? Wahrscheinlich nicht. Hat wohl nicht so viel gebracht. Aber ja gut. Ist ja auch nicht schlimm. Die Frage ist nur... Wartet mal. Ach so. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Oh, sein Bett. Nee. Oh. Das ist das Bett von Sarah Schreck, oder? Wahrscheinlich. Können wir den Spiegel kaputt machen? Nicht so wirklich. Gucken wir uns mal hier schönes Kleidchen an. Oh ja. Das sieht verdächtig aus. Zu verdächtig. Okay, Loot. Loot, 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 Loot. Ja, das erfreut mich. So, hier können wir nochmal reingucken. Oh ja. Geld ist immer nice. Ich hätte auch gerne so ein Buhu-Kissen. Also so ein König-Buhu-Kissen. Wenn, dann schon richtig. Oha. Warum hat die nur Geld-Kissen? Was ist mit der Frau los? Flatsch. Ah ja. Das ist, glaube ich, das beste Gefühl in dem Spiel. Wenn so ein Geld-Sack explodiert. Aua. Ja, relax. Also so fett ist Luigi jetzt auch nicht. So. Und dann gehen wir nochmal kurz hier hin. Hä? Ähm, okay. What is happening? Ähm... Oh mein Gott, okay. Ähm, hallo? What the fuck? Warum wie Fluigi? Nein! Wir hätten es fast geschafft. Ach Gott. Ich habe das Gefühl, wir sterben hier safe. So, ganz safe. Okay. Nee, das war jetzt nicht der Plan. So. Erstmal die Teile abschalten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt gehen wir runter. Au. Oh Gott, dammit. Noch ein Stück. Und wir haben den Schlüssel. Oh, da oben ist der letzte Boho. Okay, wie holen wir uns den? Spinne. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ist das Ablenkung? Ach du Gott. What the fuck? Wie viele Spinnen kommen hier? Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Also wenn die mir unendlich Loot geben, dann loote ich hier unendlich lang. Mir ist das prinzipiell egal. Okay. Warum springen die Spinnen runter? Hallo? Warum fahren wir nicht weiter? Und flatsch. Oh Gott. Okay. Wir haben alle Juwelen gesammelt. Sehr, sehr gut. Äh. Ja. Wir können jetzt hier noch Spinnenloten ohne Ende. Gefühlt. Wenn mal wieder kein Leben. Und ich würde sagen, das kleine Abschluss dieser Folge. Hoffentlich gehen wir ganz kurz zu Professor Igitt. Zum Labor. Und gönnen uns ein bisschen was. Denn bei Spezial-Items haben wir mittlerweile ein paar Sachen. Auf der einen Seite haben wir jetzt, da wir alle Juwelen gesammelt haben, die Juwelen-Saugglocke keine Ahnung. Den Pujo haben wir freigeschaltet, weil wir alle Pujos gesammelt haben. Und diesen Hund, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den gab es, weil ich dieses DLC vorgestellt habe. Und ich war echt ein bisschen enttäuscht, dass das erst im April kommt. Ich dachte, das gibt es sofort. Aber okay. Es gibt den Hund. Also verwenden wir mal, ich finde aber irgendwie, nee, bleiben wir bei dem Buhu. Und, ja, die Saugglocke. Coole Items haben wir uns richtig verdient. Und ich würde sagen, es geht wieder ab ins Hotel. Wir müssen ja zu Sarah, Schreck und König Buhu. So. Ah ja, da ist ja schon unser Buhu. Okay. Ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Oh, da war die Saugglocke. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.